Wie ist Bioconavea-Vitalstoff-Shop? Bioconavea ist Europas erster ganzheitlicher Immunanalyse- und Nährstoff-Systemanbieter sowie Produzent und Entwickler patentierter Wirkstoffe mit dem Schwerpunkt-Immunsystem. Unser Franchise-Konzept bietet die Möglichkeit, eines von drei Lizenzmodellen zu wählen. Modell 1 beinhaltet die Vertriebslizenz. Modell 2 bietet die Möglichkeit, einen Bioconavea-Vitalstoff-Shop zu eröffnen. Und das Modell 3 bildet ein professionelles Immunanalyse- und Nährstoff-Center ab. Wir bieten umfassende Unterstützung beim Unternehmensaufbau und während des laufenden Betriebs sowie faire Gestaltung der Franchise-Verträge für eine solide Basis einer zukunftsorientierten Zusammenarbeit. Unsere zukünftigen Partner können sich auf eine umfassende Ausbildung zum zertifizierten Bioconavea-Mikronährstoff-Experten freuen. Unser gesamtes Expertenteam aus Medizin, Wissenschaft, Wirtschaft und Marketing unterstützt in allen Belangen.